Musik Mein nächster Auftrag führt mich mit meinem Dienstauto aus dem Autohaus Waldviertel direkt zu einem Wahrzeichen Wiens, in den Wiener Prater. Zuerst noch ein kurzer Stopp an einer LR Ladestation, dann bin ich auch schon fast da. Im Wiener Prater möchte ich heute ein neues Geheimrezept ergattern. Bevor es für mich ins Joklatmuseum geht, noch einen schnellen, geschmackvollen Kaffee vom Espresso Mobil. Gesüßt wird mit einem Stück Candisins Devia. Dann bin ich auch schon im Herzen des Wiener Prater angekommen. Im Joklatmuseum angekommen, kommt mir eine Idee. Ein Schokoladenrezept. Das wäre doch mal eine gute Idee für meine Agentendatenbank. Nebenbei könnte ich hier auch noch so einiges über Schokolade und über die Schokoladenherstellung erfahren. Am Eingang des Joklatmuseums begrüßt mich Geschäftsführer Bojan. Hi, Sonja. Willkommen zu dem Joklatmuseum. Dort treffe ich auch den süßen Roboter Pepper. Seit wann hat das Museum offen? Das Museum ist brandneu. Wir haben erst vor zweieinhalb Monaten eröffnet. Und wer besucht das Museum aller? Das Museum ist für alle Altersgruppen geeignet. Egal ob 7 oder 77. Wir wollen, dass jeder Besucher sein inneres Kind wiederfindet. Warum hast du dir Wien als Standort ausgesucht? Ich lebe in Wien und arbeite hier im Schokoladenbusiness. Dazu ist Wien die Stadt der Museen. Warum also kein Joklatmuseum eröffnen? Sollen wir gleich mit einem Rundgang starten? Gerne. Los geht's. Bevor ich heute an mein süßes Geheimrezept gelange, lädt mich Bojan zu einem Rundgang ein. Das Museum ist in mehrere kreative Erlebniswelten unterteilt. So kann man beispielsweise im ersten Teil des Museums mehr über die Geschichte der Schokolade erfahren, verschiedenste interaktive Spiele ausprobieren oder durch den Dschungel spazieren. Dort begegnen mir nicht nur Krokodile und Affen, sondern auch interessante Fakten über die Kaukauernte. Beim Rundgang treffe ich außerdem Stefan, der viele interaktive Erlebnisse im Museum selbst kreiert hat. Sie sind der Experte für die technische Umsetzung hier. Was war Ihre Aufgabe genau? Wir sind eigentlich hier zuständig für die digitale Inszenierung. Wir versuchen Erlebniswelten zu schaffen. Das machen wir mit voller Freude jetzt hier in dem Museum. Generell ist meine Agentur ein Raumkonzeptentwickler. Wir gestalten eigentlich einen digitalen Dialog zwischen den Besuchern von Museen und versuchen das Ganze auch ein wenig auszuweiten. Das war für uns eine sehr, sehr spannende Aufgabe, mitunter auch ein wenig mutig, weil wir versuchen ein bisschen aus dem altehrwürdigen, verstaubten Museumskonzept ein bisschen hervorzutreten und die Leute auch ein bisschen digital abzuholen. Sehr gut. Ich habe ja hier ein Armband bekommen. Und was ist jetzt genau meine Aufgabe mit diesem Armband? Was muss ich damit jetzt machen? Mit dem Armband haben Sie sich hoffentlich oben schon registriert. Habe ich, ja. Sehr gut, sehr gut. Wir erfassen hier nur ganz wenig Besucherpräferenzen, um Ihnen dann auch später nach dem Museumsbesuch ein bisschen was über Ihren Schokoladentypen zu erzählen und Ihnen vielleicht hin und wieder ein paar Informationen zuzuschicken, die speziell auch für Sie interessant sein können. Da unterscheiden wir uns ganz speziell von allen anderen Museen, da wir versuchen wirklich auch nachher mit den Besuchern hier in stetigem Kontakt zu bleiben. Wenn Sie jetzt so ein Band gelöst haben und sich in diesen Erlebniswelten befinden, dann würde ich Sie bitten, einfach an einer dieser Stationen das Band anzuhalten. Sie werden dann sofort registriert und die ganze Gamification, dieser spielerische Ansatz, legt los und beginnt. Und wenn ich jetzt besonders gut bin bei den Spielen, kann ich da auch etwas gewinnen? Ja, das Museum überrascht Sie dann natürlich. Generell wird hier wirklich jeder Besucher mit einer kleinen Aufmerksamkeit beglückt beim Museumsausgang. Das heißt, direkt im Shop erhalten Sie dann, je nachdem wie aktiv Sie waren, wie fleißig Sie waren und auch wie richtig Sie diese ganzen Fragen beantwortet haben, ein Präsent in Form von Schokoladen. Das Chocolat Museum Vienna im Wiener Prat am Riesenradplatz ist die ideale Location, um etwas Neues zu lernen, sich kreativ zu betätigen und auch die ideale Location für Veranstaltungen, Geburtstagspartys und Schulführungen. Nach so viel Theorie interessiert es mich natürlich, Schokolade selbst herzustellen. Meine eigene, hochwertige Schokolade kreieren, das war schon immer ein Traum von mir. Das Herzstück des Workshops ist der große Schokoladenbrunnen. Der funktioniert sogar mit dem Apfel von Frischsaftig Steirisch. Dann geht's an die Schokoladenherstellung. Auch die Pralinen zu füllen, ist für uns Teilnehmer eine ziemliche Herausforderung. Vom großartigen Ergebnis sind wir alle selbst überrascht. Offenbar haben auch die anderen Workshop-Teilnehmer, genau wie ich, ziemlich großen Spaß an der Schokoladenherstellung. Mir hat's ausgesprochen gut gefallen. Ich bin besonders begeistert davon, dass man hier Schokolade nicht nur essen, sondern mit allen Sinnen erleben kann. Was mir auch besonders gut gefällt, ist, dass ich mich kreativ dabei ausleben kann und die Pralinen dann selbst noch dekorieren kann mit den verschiedenen Zutaten, die hier zur Verfügung stehen. Und das schmeckt köstlich. Anschließend wartet dann endlich mein lang ersehntes Geheimrezept auf mich. Bojan und ich bereiten die Marie-Antoinette Trinkschokolade zu. Das ist eine besondere Schokoladenkreation mit Orangengeschmack und Mandelöl. Zuerst kommt etwas vom hausgemachten Sirup in die Tasse. Danach folgt die heiße Schokolade. Fehlt nur noch etwas Schlagobers und Orangenscheiben als Dekoration. Um die Orangen zu schneiden, verwenden wir den stylischen Messerblock von Dick Rapid Steel, der Traditionsmarke der Profis. Davor muss das Messer allerdings auch noch mit dem Dick Rapid Steel Messerschärfer geschliffen werden. Beides ist übrigens bei der Firma WHSF in Straßwalchen erhältlich. Bevor es jetzt ans Verkosten geht, helfe ich Giovanna noch schnell beim Reinigen der Arbeitsplatte mit Scotch-Brite. Neben der Schokoladenstatue der echten Marie-Antoinette geht's ans Verkosten. Danach überreiche ich Bojan auch noch ein Gastgeschenk. Einen Zweigelt-Barrik vom Weingut Herzinger aus dem Treisental in Niederösterreich. Und ich bekomme auch noch ein Geschenk von ihm retour. Zur Schokolade passt außerdem ein gutes Glas Apfelbrand, ebenfalls vom Herzinger. Im Anschluss daran ist mein Schokoladentag im Chocolat Museum Vienna leider auch schon zu Ende. Heute habe ich nicht nur ein außergewöhnliches Chocolat Museum für Groß und Klein entdeckt, sondern auch selbst Schokolade hergestellt. Mehr über meinen Tag im Chocolat Museum Vienna finden Sie auf www.österreichhatgeschmack.at Untertitelung des ZDF, 2020